Psychopathen. Ich hoffe, dass das in der Richtung ist. Jetzt geht die Rende gleich wieder los. Ich sehe, dass kommt die ganze Zeit hin und her. Ich wollte die hinter mir zumachen. So, da gewinnt ich ein bisschen Zeit. So, da gewinnt es sich. Attention, Warcock personnel. An emergency evacuation is in process. Was if you gave magic or technology, you would think it was magic? Was if you gave magic or technology, you would think it was technology? Thank you for walking. Shhh. Another poor soul. Don't be afraid you're doing his work. Whether you know it or not. No more sickness, no more nightmares. Don't fucking look at me! I'm not the sick one, you lying motherfuckers! Fuck you! Fuck you! Fuck you, you fucking crazy sick! Come here! No more sickness, no more nightmares. Get out of my room! I'm not the sick one, you lying motherfuckers! Fuck you! Fuck you, you fucking crazy sick! Come here! No more nightmares! I'm not the sick one, you lying motherfuckers! Okay. 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 Well done, you see it, let me know what the time you are! mentale krankheiten sind weiß gott gleichberechtigt verteilt es ist schon fast unethisch als er gegen angelegenheiten durch die lampen gehen zu meine fresse gut ich glaube von dort oben bin ich gerade gekommen da geht es nicht raus hier ist ein schloss also gibt es nur noch einen weg der macht mir ja mut es scheint wieder eine dieser lagerräume sein muss ich gleich eine batterie wieder was gedacht So, jetzt soll ich also dahin gehen, wo angeblich ein Nicht-Mensch sein Unwesen treibt. Ah! Der überraschenderweise von hinten kommt. Und Lade-Screen. Schon wieder draußen. Oder wir lassen eine Barbie Nava 84 anfertigen und MN seine Werbung besteht jetzt auch mit Bart im Handel. Ich komm grad auf blöde Ideen, ja? Flash animieren kann ich. Da läuft grad schon Kopfkino ab. Und zwar rote Wangen denke ich sofort an diese Sexshop-Puppen, weißt, diese ganz billigen. Und dann einfach auf den Bart dran geklebt und in den Laden gespäht. Umi-Puppen. Umi-Puppen-Barbie-Nava. Na, komm schon. Sportlich, sportlich. Gut, nehmen wir jetzt mal Tor 1, wenn ich das Anpass kriege. Kriege ich jetzt auch mal noch eine gewischt? Ja. Kriege ich jetzt auch mal noch eine gewischt? Ja. Oh. Ich kann jetzt da lang gehen oder hier rein. Ich geh erstmal da rein. Ich kann jetzt von da, wo ich auch herkomme, hin oder ich geh in die Richtung. Das ist zu. Ist schon wieder ein Wachmann. Natürlich eine Batterie. Ich denke mal, Prinz fährt ich einer an, ne? Töte uns, brennt das Gebäude wieder schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Ja, hat aber niemand unterschrieben. Ja, Prinz, das ist alles verpasst. So, jetzt geh ich doch mal gucken, ob ich irgendwie den Strom ausgeschlechtet bekomme. Ich bin schon mal Kästen, aber ich glaube, da komme ich nicht weiter. Sweet Lady ist auch so ein stiller Genießer, ne? Kein Wort. Aber guck schon seit Stunden zu. Ich muss die Halsung mal ein hochstellen. Es wird tatsächlich kalt hier, ne? Oder wird es kalt? Also doch den Weg hier. Da war nur die Batterie. Hier. Ich war mir sicher, dass hier ein Parallelweg ist, von dem ich komme, aber... Jetzt wieder zurück zu den Psydo-Parten. Prinz, ich glaube, wir haben gerade die Stelle gefunden und hier. Das ist das, was ich mach. Ich bin schon seit... Ich bin schon seit... Ich bin schon seit... Ja, ich bin schon seit... Da bin schon seit... Ja, komm, Vater. Da bin ich schon seit... Dann kam mir denn erst in die Stirn. Wir filmen das mal. Komm, komm, der Daddy! Hey, komm, das musst du einstecken, Kröter, dass ich dir so oft so viele anspielen muss. Oh, Achievement gab das. Nennt sich Schocker. Hey, hey, Gott! Ich höre dich! Wer hört mich? Alter, ich brauche einen Steckerrechner für Streamer. Hier zieht es sogar manchmal zu. Da habe ich immer noch einer gewischt, obwohl ich den Strom abgeschaltet habe. Gut, das Licht da drin ist jetzt aus. Habe ich jetzt mal hier rein. Ne. Und hier ist auch ein Brett davor. Hier kommen wir auch nochmal. Ab wenn es dich das berettet hat, was hat es dann berettet? Hier geht es wieder zurück. Da komme ich nicht rein. Ich denke nicht, dass ich da weiterkomme. Ich gehe nochmal zurück zum Schalter. Ja. Durch den Busch kann ich nicht gehen. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Prinz. Bestimmt, weil der Dettel masturbiert hat. Na? Na? Prinz? 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 Vielen Dank.